Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Begriff Mikrofasern ist der meiste von uns bis jetzt hauptsächlich aus der Sport- und Freizeitbekleidung her bekannt gewesen. Das sind die Kleider, die Regen und Wind abweisen, aber die körpereigene Feuchtigkeit durchlösen und man sich darum drin so richtig wohl fühlt. Zwar ist diese tolle Fasere im Strumpfhosenbereich schon angetroffen worden, allerdings nur bei blickdichten, schweren Qualitäten. Neu ist es jetzt aber auch möglich, Mikrofasern zu feinen Strumpfhosen zu verarbeiten. Dazu die Stellungnahme des Fachmanns aus der Strumpfhosenfabrik von Bo. Die Taktel-Mikrofasern, die wir verwenden, bestellen aus 100% Polyamide. Die einzelnen Fasern sind 60 Mal feiner als ein menschliches Haar und sind dadurch natürlich aussergewöhnlich weich und leicht. Im Weiteren haben sie atmungsaktive Eigenschaften, das heisst, sie transportieren die Körperfeuchtigkeit sofort an die Oberfläche, wo sie verdunsten kann. Aus diesen Gründen ist das neuartige Material sehr hautfreundlich und vermittelt ein äusserst angenehmes Traggefühl. Die Strumpfhosen Avela Magic, die sie jetzt in unseren Läden in den aktuellen Trendfarben bekommen, wird aus dieser Mikrofasern hergestellt. Sie zeichnet sich aus durch eine aussergewöhnliche Weichheit und Feinheit und dank der Beimischung von Lycra verspricht sie grosse Elastizität und perfekten Sitz. Dermatologen warnen in letzter Zeit vermehrt vor den negativen Auswirkungen der Sonne auf der Haut. Bei Oil of Olas lässt man es nicht bei dieser Warnung bleiben, sondern offeriert tägliche Pflege und UV-Schutz in einem. Vorsicht! UV-Strahlen im normalen Tageslicht können vorzeitig zu Falten führen. Achtung! Diesen UV-Strahlen ist ihr Gesicht Tag für Tag ausgesetzt. Neu! Täglicher UV-Schutz von Oil of Olas. Wirksamer durch Lichtschutzfaktor 10. Denn mit der Zeit kann ungeschützte Haut so aussehen. Deshalb Oil of Olas. Es hat Fluids ähnlich denen der Haut und zieht sofort ein. Wichtig, damit junge Haut länger jung bleibt. Heute und in vielen Jahren. Neu! Täglicher UV-Schutz. Heute und auch noch in vielen Jahren gut aussehen, das wünschen wir uns und natürlich auch der Umwelt. Und auch da können Sie einiges dazu beitragen, indem Sie die entsprechenden Markenartikel bei GOB auswählen. Die Schlafgrün ist das erste und einzige Markengeschirrspülmittel ohne Phosphate und ohne Giftstreifen. Dank einem speziellen Zusatz gegen Kalk wird Ihr Geschirr jetzt noch strahlender. Die Schlafgrün. Eine Pionierleistung des Schweizer Herstellers Steinfels. Und die Entsorgung? Platzsparender geht's nicht. Sauberes Geschirr, sauberes Wasser und fast kein Abfall, meint Steinfels. Natürlich und gesund essen und ebenfalls wenig Abfall, sagt Galactina, ein anderer bekannten Schweizer Markenhersteller. Gemeint ist der neue Burger von Galactina eine Spezialität aus kontrolliertem Anbau. Der gesunde und vollbiologische Burger von Galactina ist schnittfest und lässt sich gut portionieren. Er ist in zwei bis drei Minuten goldgelb braten oder paniert und gibt mit einer Beilage serviert ein Vollwertungsmenü für gross und klein. Der neue Burger von Galactina ist von einem erfahrenen Team von Köchen und Ernährungsberatern entwickelt worden. Darum ist er nicht nur gesund, sondern auch gut und bietet Köchinnen und Köche mit Fantasie eine breite Palette von Zubereitungsmöglichkeiten. Der neue Galactina Burger ist in unseren Läden in der Molkereiabteilung erhältlich. Morgen wäre übrigens eine gute Gelegenheit zum Posten gehen. Es gibt nämlich wieder einige neue Aktionsangebote. Zum Schluss möchte ich Sie wieder einmal daran erinnern, dass Sie in unserem Goat-Restaurant jede Woche spezielle Angebote zu besonders günstigen Preisen haben. Wenn Sie also nächstens Ihre Einkäufe bei Goat machen, gehen Sie doch anschliessend noch rasch ins Restaurant und probieren Sie den feinen Apfelkuchen mit Streusel zum Kaffee. Ein Stück kostet nämlich nur 1,80 Euro. Mit diesem Hinweis bin ich für heute am Schluss vom Goat-Inforama. Wie immer habe ich Ihnen nur einen kleinen Teil vom aktuellen und vielseitigen Angebot zeigen können. Am besten ist es darum, wenn Sie sich in unseren über 1200 Verkaufsstellen selber informieren. Am besten schon morgen. Am besten.